Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Prince of Persia The Two Thrones und was erwartet uns denn in dieser Ecke? Auf jeden Fall Gegner, die uns nicht sehen und hoffentlich nicht sehen werden, da wir hier entlang schreiten. Einen Moment. Ja, dort ist der Prinz, weil sie ist noch... Eins erwundert mich gerade. Eine Sache. Okay, das geht nicht. Ich dachte, da könnte man sich einhaken. Habe ich mir aber schon so gedacht, weil ich glaube, der hätte mich denn ja gesehen. Und das wäre ja nicht schön, ne? Hä? Und was soll das? Da komme ich ja nicht lang. Das ist ja nicht schön. Äh. Ja, sehr realistisch, dass das keiner hört. Ist klar. Ist klar. Einfach mal... Oh! Ah! Perfekt! Okay, ich muss die beiden hier erstmal beobachten. Ich denke, wenn der wieder wegguckt, dann kann ich mir den schnappen. Nee, so nicht. Schon mal ganz und gar nicht. So, jetzt können wir ihn nun abservieren. Und das ist eine ziemlich coole Kameraperspektive gerade. Äh. Der hat mich nicht gesehen. Das ist dann wohl dein Ende, mein Freund. Oh. Auch wenn es jedes Mal der gleiche Move bei diesem Gegner ist. Er sieht immer wieder geil aus. Immer wieder geil. So. Dann werfe ich den erstmal weg. Weil die Waffe gefällt mir nicht. Gibt es vielleicht noch... Nee, die Waffe hatte ich noch nie, deswegen... Hatte ich, glaube ich, noch nie im Kampf eingesetzt. Deswegen lassen wir das mal. Okay, und es lag mal wieder. Aber egal. Das Spiel ist toll! Ah. Okay. Was hat das denn? Hoch hier, los. Komm hoch. Danke. Ja, was denn? Die hängenden Gäten, ne? Ah, ja. Wie ist er, euer Vater? Ähm. Ein würdiger Mann. Nein, ein großer Mann. Stark. Treu. Sanft. Warnherzig. Was ist? Ich... Wie soll ich sagen? Wir sind im Zorn auseinandergegangen. Es ist einige Jahre her. Das kann man sagen. Ich war jung und stolz, aber auch voller Furcht. Er wollte mir zuhören, aber ich fand nicht die Worte, wollte sie nicht finden. Ich hoffe nur, ihn wiederzusehen, um ihm zu sagen, dass es mir leid tut. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um darüber zu reden. Einfach nur episch. Inmitten solchen Trübsal sollten wir uns nicht selbst aufgeben. Kämen wir also uns heute zurück. Von hier aus kann ich euch nicht erreichen. Ich kann noch eine Klappe schließen. Treffen wir uns vorne. Ich finde es immer wieder toll, wie das keine Sau mitkriegt. Obwohl das ja doch nicht gerade leise ist. Würde ich mal sagen. Die Frames könnten mal wieder ein bisschen hoch gehen. Ich würde es befürworten. Okay, erst mal runter. Moment. Okay, da ist noch einer, weil den sieht man sehr schlecht gerade. Nee. Falsches Timing. Nee, nochmal. Moment. Ich hab's gleich. Hallo, ich hab doch gedrückt! Jetzt aber. Ich muss die beiden Kommandanten mir holen. Sonst ist hier nicht. Ist das hier nicht mehr so schön. Okay, auf den kann ich. Boah, ich hab aber gar keine Zweitwaffe mehr gerade. Fällt mir gerade zu auf. Boah, warum triffst du denn nicht, mein Freund? So, dafür kriegst du aber ein Konter ab. So, jetzt sterb doch mal hier. Geh doch. Nee, lieber ein Schwert nehmen. Ich hab die Macht des Sandsturms erlangt. Und wir haben hohe Frames. Ich kann immer noch nicht zu euch gelangen. Ihr könnt den Thron seit ihr doch von eurem Standort aus erreichen. Äh. Wenn ich das Gewächshaus gehe, finden wir uns bestimmt am selben Ort wieder. Seid vorsichtig, Prinz. Ja, wir haben jetzt die Macht des Sandsturms erhalten. Die kann ich euch ja mal kurz zeigen, da wir gerade an einem Sandportal sind. Und die werde ich wohl im Notfall nur benutzen. Auf jeden Fall. Zeig ich sie euch. Ja doch. Das sah eindrucksvoll aus. Na, vielleicht zeig ich sie euch mal. Im Not. Das wäre für so ein Sandportal ideal, falls es denn mal dazu kommt, dass ich gar keinen Plan habe, wie es funktionieren soll. Also, das ist jetzt tricky hier. Muss ich jetzt mal ehrlich zugeben. Okay, wir müssen uns festhalten. So, okay, warten. Ganz wichtig, warten. Na komm, raus. Oh, und da können wir wieder starten. Das ist so toll. Danke, Ubisoft. Danke. Danke, liebe Entwickler, dass ihr das Speedkill-System in dieses tolle Spiel mit eingeführt habt. So. Gut, der dreht sich auch nicht um. Und das war zu früh, das habe ich gemerkt. Und los, komm, Nummer 5. Ab dafür. Yeha. Jetzt darf der sich nur nicht umdrehen. Gut, du bist eine gute Wache. Denn du bist berechenbar. Ich hab' doch gedrückt. So, geht doch. Warum nicht gleich so? Hm? Ich weiß, das kannst du mir jetzt nicht beantworten, aber... Shit happens! Ich nun das dir nicht übel spiel. Du hast das manchmal halt so an dir. Was gibt es denn hier Schönes? Hier gibt's einen Weg rüber. Oh, ein Speicherpunkt! Soll ich die Geschichte hier fortsetzen, wenn ihr nächstes Mal kommt? Ja. Ja. Eine gute Stelle, um nächstes Mal weiterzuerzählen. Ey, Kamera. Könntest du vielleicht ein bisschen mit mir kooperieren? Das würde ich nice finden. Oh, mein Gott! Entwickler, was habt ihr euch ausgedacht? Okay, ich denke mal, das ist klar. Was, was, was soll das denn? Hallo? Moment. Komm, runter. Ja. Supi. Zielgegner. Nein. Schön. Nein, nicht noch mehr. Geht doch. Warum hab ich keinen Sand verbraucht gerade? Naja. Äh, ja. Das, also... Leute, vergesst doch Hypnose-Panel. Nehmt Hypnose-Kreissägen. Oder, ihr braucht doch gar keine Schafe mehr zählen. Zählt Kreissägen, die sich drehen. So, okay. Okay, das sieht mir nach Rätsel aus. Soll, Moment, wo soll ich hin? Hier soll ich hin. Okay. Da komm ich aber nicht hin, weil ich keine Brücke oder so hab. Mal gucken, vielleicht können wir uns irgendwas bauen. Moment. Also, ich hab noch keinen Plan. Ich kann mich nicht dran erinnern, wie die ist... Okay, ich verstehe. Dann würde ich einfach mal ganz spontan sagen, wir nehmen den Schalter hier. Mal gucken, was macht der Schalter denn jetzt? Weil jetzt hab ich ja irgendwas... ...habe ich die Plattform ja erhöht. Wir gucken mal, ich versuch mal mein Glück. Was soll dat denn jetzt schon wieder? Okay. Okay, mal gucken. Da komm ich noch nicht ran. Ja, okay. Das ist mir jetzt egal, dass ich hingeflogen bin oder nicht. Wir gucken mal, was ich hier draus zaubern kann. Okay. Das funzt nicht. Aha. Aha. Jetzt müssen wir die Sache nur noch höher bringen. Vielleicht kann ich damit irgendwie was machen. Okay. Na, wir gucken mal. Vielleicht funzt das ja, so wie ich mir das denke. Ich hoffe, das tut es auch. Okay. Hallo, was soll denn das jetzt hier? Mal gucken. Genau. Noch. Mal schauen, wo könnte das hier weitergehen? Will mir grad abrupt nicht einfallen. Soll ich da ran? Erstmal ganz nach unten wieder. Oder mal hier hin. Ach, so. Wir sind wieder weiter oben. Okay. Nee, da will ich ja gar nicht lang. Falsch. Das war schon mal sowas von falsch gerade. Dass ich mir sage, ich geh jetzt mal ganz nach unten. Mal gucken, was da so abgeht. So, dass ich mir sage, ich hab keine Ahnung, wie ich das hier lösen soll. Das war klar. Hallo, du kannst jetzt schon mal den Hebel wegnehmen hier. Aus meiner Bildfläche spiel. Okay. Zurück. Hm, okay, wir arbeiten uns weiter hoch. Und nu? Probieren wir mal was aus. Mal gucken, vielleicht wird's was. Ich glaub's zwar nicht. Na, hab ich's doch gesagt. Okay, da komm ich nicht ran. Also versuchen wir mal hier. Ob wir hier was reißen können. Ach, nun komm schon. Wie kann denn das hier bitte gehen? Sag es mir bitte. Ach, so kann ich auch. Coole Sache, das. Nee, so muss das schon, denk ich mir mal so. Moment. Hey, Sandkredite. Ja, Sand... Denk ich mir mal, dass es Sandkredite sind, ne? Jo, Sandkredite. Zehn an der Zahl. Hallo, Prinz. Dankeschön. Hier kann ich nix bei machen. Jetzt weiß ich wenigstens, wie ich da halbwegs hochkomme. So, da rüber. Ja, nix. Auf jeden Fall so, würde ich sagen, lassen wir das erstmal. Moment. Denk. Also kann ich ja nur den anderen, der auf der anderen Seite ist, nutzen. Okay, dorthin. Na, ich merke schon, das wird schon wieder eine längere Folge. Man merkt gar nicht bei so einem Rätsel, wie die Zeit vergeht. Nein, so nicht. Na, komm, mein Prinzenkind. So, okay. Sind wir hier und das bringt mir nix. Habe ich mich jetzt verbaut hier? Das ist ärgerlich. Moment. Da tut sich auch irgendwie so... Da ist irgendwie... Da tut sich gar nix. Äh... Oh, ey. Es ist doch nicht mehr feierlich hier. Wie soll denn das hier funktionieren jetzt? Okay, so. Ja, so komme ich da wieder ran. Okay, das ist, denke ich mal, klar. Na. Oh, nein. Nein. Macht mich doch noch mehr fertig. Okay, ruhig. An den ran. Ich muss das Gerät da oben irgendwie wegkriegen. Okay, das ist jetzt weg. Komme ich hier runter, ohne zu sterben? Ja, dankeschön. Okay, da komme ich hoch. Guck ich da noch höher. Ja. Einfach mal rüberlaufen aus Jux. Okay, gut, dass du dich gehalten hast, Prinz. Für dich. Sollte er in dich hinhauen? Ja, gut. Wie soll denn das funktionieren? Hallo, wie soll das funktionieren? Wisst ihr was, Leute? Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich dieses Rätsel gelöst habe. Ich bin euer S.G. Bis dann, dann, Leute. Dann, dann, wir sehen uns bei Daniel- 같아. Ich bin ich bei Daniel-W cruise-Hausbr Fit. Ich bin dassel reus des Rätsel gegründigst. Ja, wie soll das Richtige, dass er auf das Monster sind in der controlarst. Ich bin es weiß, tatsächlich, mit ihr ... Ja, aber dann, ich bin erfrethen, wirklich, mit ihr ö diminished.